Ich mag heute nicht. Nicht nur, dass ich nicht mag, ich glaube, ich kann auch nicht. Kennt ihr das? Ihr möchtet gerne was machen oder ihr müsst was machen und dann steht ihr auf, geht duschen und kommt in so einem Zustand wieder zurück. Ohne Stimme, mit verstopfter Nase und selbst ein Kaffee hilft nichts mehr. Kennt ihr das? Hallöchen, mein Name ist Luisa Heinzel und das hier ist eigentlich der Junk Journal Tutorial Adventskalender. Ja, jetzt ist es passiert. Ich habe mich aus irgendeinem Grund total erkältet und ich weiß nicht, wie das passieren konnte und ich brauche aber noch das Intro für dieses Video. Ja, deswegen versuche ich jetzt mal hier mein Bestes zu geben und ja, euch ein bisschen zu erklären, worum es heute geht. Entschuldigt bitte, wenn ich irgendwelches konfuses Zeug daherrede, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Überdacht-Sekunden-Erkältung geworden. Ich habe keine Ahnung. Nichtsdestotrotz werde ich das jetzt mal zum Anlass nehmen, um über genau das zu sprechen. Was ist denn eigentlich, wenn ich gerne etwas machen möchte, wenn ich gerne kreativ sein möchte? Ich habe vielleicht schon hier irgendwelche Sachen auf meinem Tisch vorbereitet und dann kann ich einfach nicht, weil ich zum Beispiel krank werde, weil ich zum Beispiel irgendwas in meinem Kopf habe, was da in dem Moment stört. Es kann sein, dass ich mir vielleicht über irgendwelche Dinge Gedanken mache, die mich davon abhalten, kreativ zu sein. Und vielleicht passieren auch sogar manchmal Dinge, die vielleicht ein bisschen schlimmer sind als eine Erkältung in einem Leben. Das, ja, das kann man ja nicht beeinflussen und, ja, wie soll ich sagen, ich bin total konfus. Ich habe so Halsschmerzen. Wenn irgendetwas passiert, was total unvorhergesehen passiert, dann kann es natürlich sein, dass man sagt, okay, ich bin überhaupt gar nicht imstande, irgendetwas zu machen und ich fühle mich so schlapp und so elendig, dass ich auch keine Ideen habe. Für das heutige Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich sowas versuche zu überwinden, auch wenn es mir schlecht geht. Ich meine, klar, wenn ich jetzt Fieber hätte oder so, dann würde ich mich natürlich ins Bett legen. Aber wenn ich noch imstande bin, mich irgendwie an meinem Tisch zu quälen, dann kann natürlich auch etwas, was ich an meinem Tisch mache, mir helfen, dass ich mich hinterher besser fühle. Das macht natürlich jetzt auch meine Stimme vielleicht nicht besser, das macht auch nicht meine Erkältung weg oder so. Aber vielleicht kann ich dadurch ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Und wenn ich nicht, sagen wir mal, bettlägerig bin, dann ist es vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, um wieder ein bisschen besser gelaunt zu sein. Und so etwas möchte ich euch heute im Video zeigen und es soll auch um Farben gehen und um die Wirkung von Farben auf den Körper sozusagen, also auf meine Seele, auf alle meine Gedanken. Und ich habe jetzt heute mir ein kleines, Entschuldigung, mir heute ein kleines Projekt überlegt, was man wirklich in kürzester Zeit machen kann. Das ist nichts Kompliziertes. Ich meine, die ganzen Videos, die ganzen Videotutorials aus diesem Adventskalender sind eigentlich nichts Kompliziertes. Aber es gibt ja da auch schon Sachen, die ein bisschen länger dauern. Aber dieses ist jetzt etwas, was du wirklich, sagen wir mal, in einer halben, dreiviertel Stunde machen kannst. Und ja, wo du vielleicht auch ein bisschen in dich gehen kannst und wo du dir ein bisschen was überlegen kannst, wie du deine Gedanken in eine andere Richtung lenken kannst. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber vielleicht sind auch manchmal diese unspektakulären Sachen gerade die Sachen, die uns helfen, dass es dann hinterher besser funktioniert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr verzeiht mir hier meinen, ihr wisst schon. Legen wir mal los. Wie ihr in einer solchen Situation, wo es euch wirklich richtig schlecht geht, trotzdem versuchen könnt, kreativ zu sein, das möchte ich versuchen, euch heute mit Hilfe des 14. Türchens vom Junk Journal Tutorial Adventskalender zu erklären. Zuerst einmal, bevor ich über meine Wunderheilung spreche, die Prompts von heute. Das ist einmal Gesso. Ich habe hier dieses weiße Gesso. Das ist übrigens vom Action. Ja, wer diesen Laden kennt, das gibt es dort auch. Dann haben wir hier den Prompt Serviette. Ich habe hier diese wunderschöne Serviette genommen, die ich aus einer Happy Mail habe. Und dann den Prompt Karte. Dafür habe ich mir einfach hier so eine ganz normale, bedruckbare Postkarte genommen. Also die ist halt auf einer Seite leer und auf der anderen Seite sieht sie aus wie eine Postkarte, so dass man sie im Endeffekt hinterher auch verschicken könnte. Ja, ihr hört schon an meiner Stimme. Die hört sich komplett anders an als im Intro. Bitte glaubt jetzt nicht an Wunderheilung oder sonst irgendetwas. Nur kurz zur Klarstellung, bevor ich hier anfange. Ich habe dieses Voice-Over, was ihr jetzt hier gerade hört, was ich jetzt hier gerade spreche, natürlich aufgenommen, nachdem es mir wieder besser ging. Also das Intro für dieses Video habe ich noch am Wohnwagen aufgenommen. Und ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist es mir da total dreckig gegangen, aber ich brauchte unbedingt noch dieses Intro. Und wie ihr wisst, ich bin da so ein bisschen so ein Freak, auch so ein bisschen so ein Perfektionismus-Freak. Deswegen wollte ich unbedingt diesen gleichen Hintergrund für das Video haben und musste es unbedingt da noch aufnehmen, weil ich diesen Hintergrund ja hier zu Hause nicht zur Verfügung habe. Ja, so viel kurz dazu. Aber jetzt soll es auch schon losgehen. Nicht, dass sich hier irgendjemand wundert oder irgendjemand gute Besserung oder solche Sachen in die Kommentare schreibt. Das könnt ihr euch bitte sparen. Auch wenn ich weiß, dass ihr es liebenswerterweise geschrieben hättet. Aber es geht mir wieder besser. Also ja, so viel dazu. Ich habe jetzt hier mir als erstes mal diese Serviette genommen. Und ich habe auch aus dem Grund diese Serviette genommen, weil die schon so viele kreative Dinge enthält. Also wie ihr seht, das ist eine sehr künstlerisch gestaltete Serviette, wo man auch sich gewisse Dinge einfach wegklauen kann, sozusagen. Das ist ja durchaus legitim, sich Dinge zu nehmen, die schon mal jemand anders gemacht hat und daraus etwas Neues zu machen. Und ich finde das in so einer Situation, wo es einem vielleicht nicht so gut geht, eine ganz gute Möglichkeit, wenn man aus solchen Dingen etwas Neues versucht zu machen. Meine Güte. Keine Angst, es geht nicht wieder los. Ich habe nur noch keinen Kaffee gehabt heute. Ja, so habe ich mir also hier verschiedene Elemente aus dieser Serviette mit einem feuchten Pinsel herausgelöst, die mich einfach angesprochen haben in dem Moment. Wie soll ich euch das erklären? Ich habe überhaupt nicht wirklich darüber nachgedacht, welche Dinge ich benutzen möchte. Ich habe einfach nur, wie soll ich sagen, ja, meinem inneren Bauchgefühl bin ich da so ein bisschen gefolgt und habe diese einzelnen Teile jetzt hier erstmal herausgelöst aus dieser Serviette. Das klingt ja vielleicht zuerst mal ein bisschen komisch, aber man hat dann erstmal angefangen, wenn man sowas gemacht hat, also wenn man solche kleinen Dinge vorbereitet hat. Stellt euch vor, ihr habt ein Riesenprojekt im Kopf, was ihr gerne umsetzen möchtet und ihr findet eben diesen Startpunkt nicht. Dann kann es sehr helfen, finde ich, wenn man solche Kleinigkeiten erstmal vorbereitet, wie eben das Herauslösen dieser Elemente aus dieser Serviette. Als ich das jetzt aufgeklebt habe, habe ich gar nicht großartig darüber nachgedacht. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, war, wie passt dieser Kopf von dieser Frau am besten auf diese Postkarte? Also möchte ich das quer haben oder hochkant? Und ich habe mich dann dazu entschieden, das so quer zu machen, weil dann, ja, irgendwie ergab sich da für mich so ein bisschen mehr Harmonie für diese Karte, wenn man schon im Anfangsstadium von Harmonie sprechen kann. Aber das war eher so ein Bauchgefühl. Im Prinzip geht es ja auch in solchen Situationen, wo es einem schlecht geht, eher darum, dass man erstmal anfängt und dass man etwas tut, um eben dieses hervorzurufen, dass es einem später wieder besser gehen kann. Ja, und was ich hier sage, ist natürlich nicht irgendwie wissenschaftlich belegt oder sonst irgendwas, ne? Also das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen, die ich versuche hier mit euch zu teilen. Ich weiß nicht, ob es darüber irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, aber ich denke mal, ja, ihr wisst schon, wie ich das meine, was ich hier sage. Im nächsten Schritt habe ich dann mir ein paar Buchseitenschnipsel genommen, um dieses hier noch ein bisschen mehr so zu kollagieren. Also wenn ich da jetzt in klarem Zustand darüber nachgedacht hätte, denn ich habe ja das Video aufgenommen, als es mir so schlecht ging. Also dieses, was ich spreche, nehme ich jetzt später auf, aber dieses Video, was ihr seht, habe ich in dem Moment aufgenommen, wo es mir da so dreckig gegangen ist, nachdem ich eben dieses Intro gedreht hatte. Und im Nachhinein betrachtet, wenn ich das bei klarem Verstand gemacht hätte, dann hätte ich diese Buchseitenschnipsel unter die Serviette geklebt. Also zumindest teilweise bei dieser Krone und bei diesem Farbpaletten-Element da, hätte ich das definitiv da drunter geklebt. So schaut das jetzt natürlich etwas eigenartig aus. Aber gut, nichtsdestotrotz, es hat jetzt eben da geklebt und ich wollte weitermachen. Also habe ich mir als nächstes diese Schablone genommen, denn ich habe überlegt, ich möchte gerne Farbe fließen lassen. Für mich ist es immer so, wenn ich krank bin, dann ist das immer so eine Art Stillstand. Alles steht still, man kann nichts machen, man liegt irgendwo auf der Couch, es geht einem schlecht, ständig tropft einem die Nase. Egal was man tut, man ist ständig beeinträchtigt von zum Beispiel dieser Grippe oder so. Also bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel Grippe, oder? Und für mich ist das dann, wie gesagt, immer wie so ein Stillstand und ich habe mir überlegt, okay, ich könnte auf diese Karte Farbe fließen lassen. Weil ein Fluss ist immer etwas, logischerweise, was sich bewegt und was diesen Stillstand vielleicht so ein bisschen unterbrechen kann. Und ja, das ist für mich was anderes, wenn Farbe fließt, als wenn ich zum Beispiel Schnipsel aufklebe oder diese Technik mit der Serviette. Das ist halt irgendwo eine Technik, eine Vorbereitung. Aber es passiert noch nichts auf dieser Karte. Also wisst ihr, wie ich das meine. Für mich selber, für mein inneres Empfinden oder so. Und deswegen habe ich jetzt erstmal mit weißem Dressel dieses Mandala-Dingsbums da drauf gemacht. Und jetzt habe ich mir diese Distress Sprays genommen und ihr werdet jetzt gleich schon an den Farben sehen, dass das komplett das widerspiegelt, wie es mir da gegangen ist. Also schaut euch bitte an, wie dunkel und vintage diese Farben aussehen, die ich hier ausgewählt habe. Und im Laufe dieser ersten Schicht hat sich das auch so vermischt, wie ihr hier seht. Und es wird eigentlich genauso trüb, wie meine Stimmung da war. Mir ist es in dem Moment überhaupt nicht so bewusst gewesen, weil ich bin halt aufgestanden, da zu meiner kleinen Kiste gegangen und habe mir diese Farben so intuitiv ausgewählt. Und ja, meine Intuition und meine Verfassung haben mir gesagt, nimm diese komischen, abgedüsterten Farben. Komischerweise habe ich die dann genommen, anstatt etwas Regenbogenfarben mäßigeres zu nehmen, so wie es unten in dem Serviettenschnipsel, den ich da aufgeklebt hatte, der eigentlich schon in Anführungsstrichen vorgegeben war. Wie ihr seht, passen diese Farben überhaupt nicht zu dem Rest der Karte. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber so war das halt. Und dann ist mir das bewusst geworden. Ich habe dazwischen durch dann nochmal so eine kleine Pause gemacht und habe mir überlegt, ja Moment mal, du willst ja irgendwas erreichen damit. Du kannst jetzt nicht solche komischen, düsteren Farben nehmen, weil dann wird das nicht funktionieren, was du da mit dir selbst vorhast. Also dieser Prozess kann dann nicht funktionieren. Und ich bin dann wirklich sehr widerwillig zu meinem Kasten gegangen, wo meine Acrylfarben drin sind. Das hier sind eigentlich so Sprays. Und ihr seht schon, ich habe die da relativ vorsichtig am Anfang oben an diesen Rand der Karte getan und dann habe ich da Wasser drauf gesprüht. Und in dem Moment, wo jetzt diese Farben angefangen sind, über diese Schablonierte zu laufen, da ist genau das passiert, was ich eigentlich ursprünglich irgendwie so in der Theorie geplant hatte. Als diese Farben gelaufen sind, habe ich plötzlich gemerkt, okay, sowas musst du machen, dass es dir besser geht. Das Video läuft jetzt hier in doppelter Geschwindigkeit ab an dieser Stelle. Also ihr seht schon, das hat relativ, in Anführungsstrichen, lange gedauert. Ich habe mir auch bewusst Zeit gelassen, das über dieses Papier laufen zu lassen. Und ich habe auch mir beim Föhnen bewusst Zeit gelassen. Ja, das muss man schon alleine deshalb machen, dass sich nicht alles vermischt, dass der Föhn das nicht so durcheinander fliegen lässt. Aber es ging da irgendwie nicht so ums Trocknen, sondern um den Prozess an sich, einfach da zu sein und da zu sitzen. Ja, und zugegebenermaßen ist dann tatsächlich in meinem näheren Umfeld noch etwas sehr, sehr Schreckliches passiert, in der Zeit, wo ich eben dieses Video aufgenommen habe. Und deswegen ist dieser schwarze Rahmen um diese Karte gekommen. Wie ihr schon hört, das fällt mir nicht so ganz leicht, das jetzt so zu sprechen. Aber diese Karte war für mich auch ein Anlass, um Frieden zu finden. Deswegen habe ich jetzt diesen Spruch, Spruch, ja, diese zwei Wörter, Frieden gefunden, auf diese Karte geschrieben. Weil das eben für mich einfach wirklich in dieser Zeit, wo ich diesen Adventskalender vorbereitet habe, der komplette Schock war, was da passiert ist. Und es hat mich wirklich einige Tage davon abgehalten, irgendetwas machen zu können. Und vielleicht war auch das der Grund, warum da auf einmal meine Nase so verstopft war. Dass einfach mein Körper gesagt hat, so, okay, jetzt ist erstmal Schluss, du musst eine Pause machen. Das mag schon durchaus sein. Aber ja, zur Erklärung für euch, warum eben für mich persönlich dieses jetzt dort draufgekommen ist. Wenn ihr das nachmachen wollt, ihr könnt natürlich selbstverständlich jeden anderen Spruch dahin schreiben. Oder jeden anderen Gedanken. Aber ich finde es wichtig, wenn man sowas macht, dass man dann wirklich auch schaut, okay, womit beschäftige ich mich eigentlich gerade? Und was ist eigentlich gerade wirklich Sache? Also wisst ihr, wie ich das meine? Und dann kann man das auch ruhig, finde ich, dort auf so einer Karte niederschreiben. Ja, am Ende habe ich dann noch meine Schnipsel eingesammelt, wie ihr gesehen habt. Die brauchen wir am 24. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, auch wenn es heute vielleicht ein bisschen ernsteres Thema war, hoffe ich, dass ihr was gewinnen konntet. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.